Willkommen zurück zu Minecraft Burgenbau, diesmal auch auf dem Kanal von APG Kurga, hoffe ich, ich hoffe, dass deine Autospur mitläuft, verdammt. Ja, ich hoffe, dass diesmal echt alles glatt geht, man, ey, das hat mich letztes Mal so geärgert, man. Ich hoffe, dass diesmal alles funktioniert. Das hoffe ich auch, wir hoffen mit dir, lieber Kurga, in diesem Sinne, schönen guten Tag, ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz mein Intro einspielen, das hier ist es. So, nachdem du das gesehen hast, machen wir Musik an, ist das nicht ein Traum? Lass mal pennen gehen. Lass mal pennen gehen ist bei mir leider nicht möglich, ich bin immer noch in der Höhle. Oh Mann. Oh Mann. Was soll ich tun, Fisch, das ist halt schlecht, ich versuche mich ja nach oben zu kämpfen, aber irgendwie funktioniert das nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ich überlege gerade, ob ich denn nicht mal anfange. Oh, ein Creeper. So geil, es geht schon wieder gut los, jawohl, ja. Ist dir eine Affen-Kurga? Nein, oh toll, er ist explosiert. Oh nein. Ah, ich werde angegriffen von einem Mini-Zombie, oh mein Gott. Und schon ist der APG-Kurga direkt wieder in seinem Element. Alter, ey. Schreien und Todesangst haben. Das ist doch super. So, ähm, ja, erzähl du. Ach, mehr wollte ich eigentlich nicht erzählen. Schreien und Todesangst, das reicht doch schon für die Leute, um zu wissen, dass du schreist und Todesangst hast. Alter, oh Mann, ich bin gleich tot, Mann. Warum das? Drecks Zombie, Alter, verpiss dich. Pass mal auf, ich baue mich jetzt mal nach oben, damit ich erstmal irgendwie... Ah, Spinner! Oh mein Gott. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt irgendwie in deine Nähe komme. Ich muss dich doch mal unterstützen. Alter, was ist denn los? Hast du keine Rüstung an, oder was ist los? Doch, aber ich habe nur noch zwei Herzen. Oh. Nix zu essen. Nix zu essen. Ja. Das ist schon mal schlecht. Ähm, nein. Nein, erzähl nicht. Bei der Gelegenheit fällt mir doch gerade was ein. Ich muss mal kurz in den... Alter. Mal kurz in den Pause-Mode gehen. Das ist gelett, Mann. Äh. Oh Mann, Alter. Jetzt ist der Creeper explodiert in die Betten, sind alle weg. Und die Kisten. Oh, die Kisten. Was? Die Kisten? Oh nein, das ist gelett. Lass mich in Ruhe. Mach keinen Scheiß. Alter. Alter. Ich habe nur zwei Herzen, Mann. Was soll ich tun? Abhauen. Geh in die Höhle rein, mach dir eine Fackel an und verpiss dich einfach. Ich bin ja schon auf dem Weg zu dir. Alter, das Skelett töntet mich mit einem Schuss, ne? Ja, dann musst du natürlich aber mal sowas von rennen, musst du dann mal. Ja, aber das... Also, jetzt steht es bei unseren Kisten rum. Ich muss an den Ofen ran, weil da das Fleisch drin ist. Was ich essen muss, um wieder zu regenerieren. Ja, dann musst du leider warten, bis ich... Warte, jetzt, 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 bis ich am Start bin. Das kann noch eine Weile dauern. Jetzt, jetzt, jetzt ist es weg. Ich glaube, es ist weg, ja. Und wenn du jetzt stirbst, lache ich dich aus. Das muss dir klar sein. Ja. Boah. Ah! Da ist es! Da ist es gleich drin! Oh, weg hier! Ja, Freunde, schaltet mal beim APD-Kurga auf dem Kanal ein. Da seht ihr im Übrigen gerade, wie er heftig ums Überleben kämpft. Alter, ey. Das Projekt heißt Minecraft Burgenbau. In seinem Falle Minecraft über hier. Ich überlebst nicht. Haha, das... Alter, ey. Ja, I told you, I see black for you. Aber, naja. Du kannst jetzt mal bitte Tag werden, ey. Jetzt mal ohne Scheiß. Das weiß ich nicht. Ich hab mich jetzt auf ne... Also, ich hab... Ich muss kurz dazu sagen, ich bin gerade mega zerstreut einfach. Aber... Ich dachte jetzt, oh ja, Minecraft, was entspanntes so, weißt du. Aber... Nicht dir! Nix. So, ich versuch mich irgendwie mit aller Macht nach oben zu kadavern, aber... Ich hab's getötet. Du hast es getötet? Mit nur zwei Herzen? Nee, ich hatte jetzt das Fleisch gegessen und jetzt hatte ich wieder ein bisschen regeneriert. Uch, das war... Respekt, Kurga, Respekt. Das war jetzt ganz schön knapp. So viel Mumm hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Sehr schön. Gut. Oh Gott! Alter! Hier steht einfach Creeper oben und ich seh die... Ah, wie geil ist denn das? Ah, nicht bitte! Oh, Mann! Kannst nicht massag werden! Er wollte sich entspannen, weiß. Alter! Oh, mein Herz! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ey, Leute von heute! Das geht doch nicht! Aber ich hab's dir früher schon gesagt, im englischen Anglizismus, Gaming ist nur Sugar-Licking, my friend. Deswegen wirst du dich da jetzt mit beschäftigen müssen. Ey, ich... Ich dreh am Rad, Mann. Muss ich jetzt erstmal die Kisten hier wieder platzieren. Wo sind die Kisten hier? Er dreht am Rad, weißte. Minecraft ist eckig und er dreht am Rad. Alter, ich krieg hier die Beise, ey. Das kann nicht sein. So! Da steht einfach ein Creeper und ich seh den nicht, ey. Warum eigentlich nicht? Bist du blind? Nein, das weiß ich nicht. Durch den Shader und es ist alles so grün und... Da hab ich den einfach überhaupt nicht für vollgenommen, anscheinend. Ich glaube, ich krieg jetzt aber auch gleich hier Besuch. Es ist immer noch dunkel draußen, ne? Naja, es ist... Ja, ja, es ist noch dunkel. Oh, Mann. So, jetzt wird's für mich nämlich erstmal ein bisschen kritisch. Hier oben sind sehr viele Monster. Puh, wo bist denn du? Ich hab jetzt wieder volles Leben. Äh... Ah, Monster! Monster! Siehste, hab ich's doch gewusst. Oh, ich war direkt unter den Feldern. Ich geh jetzt hoch an den Berg. Okay. Ey, lass mal ganz schnell pennen gehen. Ich hab nur noch ein Bett, das andere ist leider kaputt. Wie wollen wir denn da pennen gehen? Kreis, warte mal. Hast recht. Haben wir noch Wolle irgendwo? Ah, ich hab ja einmal Fleck. Ja, ein Stück. Okay, ich bin am Baum. Mach schnell ein Bett, ja. Alter, ich krieg' nen Anfall, ey. Was ich jetzt hier... Du musst jetzt hier vier Löcher, drei Löcher stopfen oder so. Das ist ja nicht schlimm. Da bin ich ja geübt drin. Hm. So, äh... Es ist wieder Tag, lieber Kurga. Es ist wieder Tag. Endlich, endlich, endlich. Ich baue mal hier die Kohle ab, die ist hier einmal zum Vorschein. Bau doch mal die Kohle ab. Die kam doch da zum Vorschein. ...zu erkennen gegeben hat. Alter, finde ich, ich krieg' nen Anfall. Puh. So. Okay, aber jetzt wird's hoffentlich wieder alles gut. Waren die dramatischsten sieben Minuten meines Lebens. Ja, ne? Kannst du mal offen, mich zuzubauen? Ich hab' nicht vor, dich zuzubauen. Ich mach' das hier schon. Keine Panik. Ich muss sowieso die nächste Schicht abtragen, damit ich das alles gegen Steine ersetzen kann. Also gegen... Ähm... Das heißt, ich hab' mir hier Mühe... Du Arsch! Ich hab' mir hier Mühe gegeben, verstehste? Ja, so aufgerissen kannst du's lassen. Wobei, ich überlege, ob ich noch... Ob ich auf diese Schicht die Steine draufsetze. Hm. Ja, ich glaub' das mach' ich. Ich glaub' das mach' ich. Ich mach' jetzt nicht noch mehr Arbeit. Wenn ich die Burg noch einen höher, weißt du... ...macht das macht auch Sinn. Vielleicht macht das Sinn. Tu' jetzt auf diese Schicht... Oder tu' ich auf diese Schicht noch mal eine Schicht, normale Schicht draufsetzen mit Erde? Hm. Weil's schnell. Oh mein Gott. So. Dann wollen wir doch mal hier das ganze Gedöns ablegen. Gravel hab' ich hier noch. Gravel! Da steht eine Spinne, Mann. Alter, ich hab' jetzt voll Angst. Hallo! So. Ach, für den Fall, äh... Warte mal, wie viele Fäden haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Für den Fall, dass sich einer fragt, was hier passiert ist in meiner Minecraft-Umgebung. Ich hab' das Texturenpaket gewechselt. Wir sind, äh... Oh, warte mal. Jetzt mittels... Chroma Hills unterwegs. Das Texturenpaket ist einige noch bekannt aus der, äh... RPG-Minecraft-Kurga-Kram-Staffel 2. That's right. Da hatte ich Chroma Hills auch schon am Stissel. Für Pfeile braucht man Flint und Federn, ne? Ja. Okay. Ich bin wo. Okay. So. Oh, zwei Pfeile haben wir. Also, was wir jetzt hier auf diesem wunderbaren Kanal machen werden, wir werden in der heutigen Folge mal versuchen, in die weite Welt hinaus zu gehen, weil... Du willst in die weite Welt? Ja, ich weiß, wo man Zeug herkriegt. Viecher, Kühe, Schweine, NPC-Dorf weiß ich. Wo wir Zuckerrohr finden. Weißt du das? Hast du gecheatet? Nein. Auf Screen unterwegs, oder? Nein, aber ich kenne den Seed. Und wenn das wirklich der gleiche Seed ist, dann weiß ich, wo wir was finden. Dann müssten wir sogar an einer gewissen Stelle einen Tempel finden, den wir aber nicht leerräumen können, weil sich da was in die Luft sprengt. Minecraft wiederholt sich irgendwann. Was ist denn das für ein Seed? Oh, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe den Seed seiner Zeit in einem Wiki, in einem Gamepedia gefunden. Okay. So, ich fange jetzt mal an den Boden hier mit... Warte mal, warte mal. Richtig dann. Ah, mit Cobblestone. Weil wir müssen ja auch Zeug haben, ne? Zum, äh... Was wir brauchen, ne? Hast du Cobblestone? Cobblestone hatte ich dir hier reingelegt, ja. Okay, alles klar. Wäre gut, wenn ihr mir vielleicht aber noch acht Stück da lässt. Achtst Stück, okay, ich gebe dir 15. Obwohl, ne, warte, 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 warte. Du hast 15, ja. Da ist Cobblestone, ich brauche aber nur acht. So, ich tue jetzt mal die ganze... Du kannst mir ja helfen, diese ganze obere Schicht jetzt hier eine Schicht Cobblestone draufzulegen. Da oben drauf. Diese ganze Platteoie braucht jetzt eine... Ich habe sieben Cobblestones und soll dir dabei helfen. Na, dann mache ich das. Na, du kannst mir dabei helfen, indem du ein neues Cobblestone farmst. Vier, fünf, sechs. Ich soll schon wieder farben? Ich war doch gerade erst, Mensch. Ich bin einmal an der frischen Luft, damit er da sind, dass ich nur wieder da runtergehe. Ja, arbeite für mich, du Schlampe. Alter! Seien Sie mal vorsichtig, junger Freund. Junge Freund? Hey, junger Freund. Du sitteckst in meine Frau, was? Jetzt aber raus da, verschwinde. Äh, er hat dein ganzes Kleid voll gespritzt. Musste das denn sein? Alter! Was ist los mit dir? Ja, schön. Und ich dachte, ich wäre versaut. Hier, mach das sauber. Und dann gehen wir nach Hause. Was? Ich weiß es nicht. Ich war ein Flaschenbaby. Ähm, dirt. Dirt. Bird. Birdity bird. 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 Nee, das lassen wir. Das bringt uns hier... Oh mein Gott! Alter! Da steht einfach ein Creeper mal wieder rum. Ja, und? Wo ist das Problem? Der ist böse! Achso, okay. Das ist einer von Notch seinen Creepern, ne? Ich glaube Notch... Das hab ich erschrocken, aber volles Rohr, Mann. Notch war böse, ne? Och, Mann, ey. Ich erinnere mich doch daran. Boah, langsam nervt es mich mit den Creepern. Muss ich jetzt mal so sagen. Echt? Ja, Mann. Ich bin echt hardcore. Ach, Quatsch. Mist, jetzt fehlt mir wieder ein Dirtblock hier. Dirt. Oh. Alter, ey. Ich mich jetzt erschrocken hab schon, ey. Langsam ist es echt nicht mehr lustig. Och, ich find's lustig. Hm, was glaub ich dir? Vor allem, weil du dich erschreckst, weißt du? Du Schelm, du. Du Schelm, du Schuft. Schurke. Du... Halunke. Du schwere Nöter. Du schwere Nöter, ist ja auch geil. Ja, als ich das neulich mal gehört hab, ey, ich hab mich wirklich zwei Minuten nicht mal hingekriegt. Du schwere Nöter, jawoll, ja. Das ist am liebsten. Ich schnapp jetzt mal ein paar Pickaxes und geh jetzt mal Kobbel fahren. Ja, ich bin auch schon dran. Ja, ich komm jetzt mal mit nach. Wir gehen jetzt mal zusammen Kobbel fahren. Ich muss mir gleich nochmal ein paar neue Pickaxes bauen. Ich hab die letzte gerade angebrochen. Es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Ne, ne, wobei, naja, ne. Hast du Fackeln? Warte mal, Essen wär vielleicht nicht schlecht. Essen wär nicht schlecht, Fackeln hab ich noch 16 und ein Stack. Ja gut, Fackeln kann ich auch noch notfalls nachbauen. Aber Essen wär halt echt gut. Essen wär echt nicht schlecht, ja, weil ich hab, glaub ich, noch ein Brot. Ja, ein Brot hab ich noch. Brot für die Welt. Ja. Nicht zu verwechseln mit Kuchen für Otti. Ja. Alter, das ist Getreide, ey. Das braucht ewig, bis das gewachsen ist. Das liegt daran, dass das Getreide nicht in unserem Spawn-Bereich liegt. Ich höre ein Zombie. Hä, was soll das heißen, Alter? Na, dass wir hier ein Zombie finden. Nein, was soll das heißen, dass das nicht in unserem Spawn-Bereich liegt? Wäre diese Chunks, äh, da wo wir gespawnt sind, da wären, wenn wir es da platzieren würden, wären unsere Chunks immer aktiv. Ja. Dann würde da, dann würde da nicht so viel passieren mit, weißt du? Dann würde das einfach immer vor sich hin wachsen. Ich nicht, aber du weißt schon, wovon du redest wahrscheinlich. Ah, um den Spawn-Point drumherum sind, äh, diverse Chunks, die wir jetzt haben. Du bist doch mal ein Craft-Experte. Ich glaube, 15 sind's. Also da, wo unser Spawn-Point war, wäre es gut, wenn wir da ein Feld anlegen würden, weil dann... Oh! Hört das eben... Oh, fieser Zombie, ey. Dann hört das eben nicht aufzuwachsen, auch wenn wir den Chunk verlassen, weißt du? Weil der Chunk bleibt immer geladen. Ja, aber wir sind doch eigentlich in dem Chunk. Wir sind aber nicht im Spawn-Chunk. Och, wir sind doch in der unmittelbaren Nähe fast. Ja, das ist doch leider zu weit weg. Bin los. Ah, so. Dann wollen wir mal ein bisschen farmen. Habe eine neue Mine erschlossen. Ich dachte, wir... Weißt du? Ja, ja, das wird jetzt hier alles weggefarmt. Keine Panik auf die Tare. Ja, aber das, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt... Moment, fünf Sekunden haben wir noch. Bogenbau! Oh Mann, nein! Macht's gut! Oh nein! Bis zur nächsten Folge! Bis zur nächsten! Eine Spende! Warte, Moment! Halt, stopp! Die muss ich töten! Oh mein Gott! Ich muss mich kurz eingraben! Nein! Ich bin zuerst kaputt! Alter! Okay, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao! Bis zur nächsten Folge! Bis zur nächsten Folge!